Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Druckluftkompressoren. Damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche findet, werden wir euch heute ein 10 Liter, ein 24 und ein 50 Liter Modell vorstellen. Es handelt sich um drei unterschiedliche Kompressoren von drei verschiedenen Herstellern. Viel Spaß nun also beim Video. Für weitere Infos zu den Druckluftkompressoren könnt ihr danach auch gerne mal in der Beschreibung nachschauen. Unter diesem Video haben wir euch alle drei Modelle mit ihrem tagesaktuellen Preis auch verlinkt. Also checkt die Links dort ab und jetzt viel Spaß beim Video. Als erstes möchten wir euch das 10 Liter, um genauer zu sein, das 9 Liter Modell vorstellen. Es handelt sich um den 480 Watt Druckluftflüsterkompressor von Implotex. Der beliebte Hersteller Implotex stellt mit die qualitativ hochwertigsten und leistungsstärksten Kompressoren her. Tatsächlich hat der Hersteller mehrere Modelle im Angebot bis hin zu einem 3000 Watt 65 Liter Gerät. Wir schauen uns heute die 480 Watt Variante an, die kleinste im Vergleich. Dieser Kompressor ist selbst ca. 15 Kilogramm schwer und arbeitet bei einer Flüsterlautstärke von lediglich 48 bis 50 Dezibel. Damit ist das Modell 90 bis 100 Prozent leiser als handelsübliche Kompressoren gleicher Leistung. Das hochwertige, ölfreie Aggregat bringt es auf eine Leistung von 480 Watt und damit einem maximalen Druck von bis zu 8 Bar. Das entspricht einer Luftleistung von knapp 90 Litern die Minute, genügend Power, um in kürzester Zeit Reifen und Bälle aufzufüllen, aber auch für Dentallabore und Werkstätte, Airbrush und Bodypainting oder größere Lackierarbeiten geeignet zu sein. In dieser Tankgrößenklasse finden wir kein leistungsstärkeres Modell auf dem Markt, was für die hohe Effektivität und Leistung des Implotex Kompressors steht. Wer vor allem ein kleineres Modell mit trotzdem schon ordentlich viel Leistung braucht, der ist beim Implotex 480 Watt Modell gut aufgehoben. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zum Modell, könnt euch dort dieses oder die 5 weiteren Geräte anschauen, die noch höhere Leistungen von wie gesagt bis zu 3000 Watt besitzen. Machen wir nun aber weiter mit diesem Vergleich und der nächstgrößeren Leistungsklasse. Herausgesucht haben wir hier den Einhell TE AC 270. Dieses Modell kommt mit 24 Liter großem Tank und besitzt eine Leistung von 1800 Watt. Das lässt sich auf bis zu 10 Bar Druck übersetzen. In Kombination mit dem großen 24 Liter Drucklufttank und dem großen 1,8 Kilowatt starken Motor mit bis zu 2850 Umdrehungen pro Minute ist das Modell auch für größere Arbeiten in auch professionelleren Umgebungen geeignet. Des Weiteren überzeugt das Modell durch zwei Manometer, an denen man den aktuellen Arbeits- und vorherrschenden Kesseldruck ablesen kann. Das Modell besitzt vibrationsgedämpfte Standfüße für einen sicheren Stand und eine gute Geräuschreduzierung. Des Weiteren hat das Modell zwei gummierte Räder sowie einen praktischen Transportgriff, sodass man den Kompressor jederzeit an den gewünschten Einsatzort fahren kann. Das Modell besitzt eine wesentlich höhere Motorleistung als das zuerst vorgestellte Implotex-Modell. Im Endeffekt sind es zwei Bar mehr, die der Einhell-Kompressor auf die Straße bringt. Dabei ist er natürlich auch viel, viel lauter. Trotzdem überzeugt das Modell durch ein großes Tankvolumen viele weitere Sondereigenschaften, die wir hier erklärt haben und vor allem den günstigsten Preis. Mit nur knapp 170 Euro ist dieser leistungsstarke Kompressor das mit Abstand günstigste Modell in diesem Vergleich. Also preis-leistungstechnisch eine absolute Empfehlung. So sehen das auch die allermeisten Kunden. Mehr zum Modell und den individuellen Kundenbewertungen könnt ihr nun noch über den zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren. Dort haben wir den TE AC270 für euch verlinkt. Bleibt aber auch gerne noch dran, um nun als drittes und letztes das leistungsstärkste Modell im Vergleich kennenzulernen. Es handelt sich um den Druckluftkompressor HC35DC von Scheppach. Das 2200 Watt starke Modell besitzt nicht nur die stärkste Motorleistung, sondern mit 50 Litern auch den größten Druckluftkessel. Der beliebte Kompressor von Scheppach überzeugt durch eine Luftansaugleistung von 412 Litern pro Minute und eine 10 Bar Druckleistung, die hier maximal erzeugt werden kann. Damit hat es genug Power, um für Druckluftwerkzeuge, Sandstrahlpistolen oder auch zum Aufpumpen von größeren LKW-Reifen zu fungieren. Es besitzt auch zwei Manometer zur Anzeige von dem aktuellen Druckluft-, Tank- und Arbeitsdruck. Des Weiteren überzeugt das Modell durch seine zwei stabilen Transporträder und den Handgriff sowie den vibrationsgedämpften Standfuß aus Gummi. Zwei Schnellanschlusskupplungen sorgen hier für einen sehr schnellen Werkzeugwechsel und der integrierte Druckminderer für die optimale Regelung des Arbeitsdrucks. Ein wirklich professionelles Modell, welches durch einen extrem großen Tank eine sehr, sehr starke Ansaugleistung und einen starken Druck überzeugen kann. Der Scheppach Druckluftkompressor ist auf jeden Fall für professionelle Einsätze geeignet. Wer noch mehr Leistung braucht, der kann sich über den ersten Link in der Videobeschreibung, wie gesagt, nochmal die größte Version von Implotex anschauen. Die haben ein 3000 Watt Modell auf dem Markt, welches allerdings auch nur bei 8 Bar Druck arbeitet. Und wie wir finden, ein wesentlich schlechteres Preis-Leistungsverhältnis, als der Scheppach Kompressor besitzt. Stellt nun aber gerne eure eigenen Recherchen an. Dies sollte nur ein guter Überblick für euch sein. Hoffentlich konnte dieses Video diesen Zweck erfüllen. Wenn ja, gebt uns doch gerne mal eine Bewertung. Vielen Dank auch fürs Zuschauen und nun viel Spaß noch bei eurer eigenen Recherche. Bis zum nächsten Mal.